So, Moinsen. Wieder am quirl von der Höhe. Meine Finger wieder mittendrin. So, noch mal ein kleines Video von Baloo. Guck da. Hier, da lauf ich gerade durch, Alter. Das fühlt sich an wie mega Hundescheiße, aber gut, mein Hund freut sich drauf. So, was ist es? Nämlich, so schaut es die ganze Zeit in Berlin aus. Ekelhaft. Grau in Grau, Alter. Das ist so ekelhaft, Leute. Na, nicht anspringen. Nicht anspringen. So, mal gucken, ob er diesmal ein bisschen mehr Kacke baut. Ja, noch vom letzten Sturm. Zeig mal, dass du irgendwas machen kannst. Kannst du Kunststücke? Außer gehen. Kannst du Sitz? Baloo. Mach mal Sitz. Sitz. Mal Sitz. Na gut, überall lauert der Feind. Ne? Ist das der Feind? Fahrräder sind der Feind, ne? Das sind so Arschlöcher. So, ich zeige heute nur meinen Hund. Erstmal Dankeschön für so viele Abonnenten. Ihr seid ein bisschen bescheuert in der Birne. Hört auf, mich zu überraschen. Ich vertrage im Moment keine Überraschung. Bin ziemlich hippelig und die ganze Zeit nervös. Ich werde auch entweder vor dem Video hier oder nach dem Video noch streamen. Weil ich bin gerade mit dem Hund raus, nachdem ich ein bisschen Rocket League gesuchtet habe. Und noch ein paar andere Dinge mache. Und komm, Baloo. Heute keine Zauberei. Heute wirklich nur ein Hund. So, ich zeige euch mal, dass wir hier, ihr wollt ja ein bisschen Aufklärung haben. Ich wohne an der Spree. Aufgrund der aktuellen Kosten für den Flughafen mussten wir leider ein bisschen Wasser rausnehmen. Ist jetzt nicht mehr ganz so dick. Die Spree können jetzt leider keine Bötchen mehr fahren. Das ist auch eigentlich der Kuhdamm, wo wir hier laufen. Auch aus Kostengründen mussten wir die Häuser leider alle entfernen. Da hinten stehen ein paar Häuser. Ich weiß nicht, können wir ranzoomen? Ja, da stehen ein paar Häuser. Lieber wegzoomen, wie dass da jemand nackig rumläuft. Wollen wir ja nicht filmen. Dann wäre es FSK 18. Ich muss immer gucken, dass keiner kommt, weil das ein bisschen behindert. Man filmt den Hund und man spricht mit der Kamera. Deswegen, so, wie viele Minuten nehmen wir denn hier schon wieder auf? Das ist einfach viel zu viel. Hier kommt ein Maulwurfshügel, können wir euch auch noch zeigen. Alles am Kuhdamm gefilmt. Haben keine Kosten und Mühen gescheut. Könnt ihr nachgoogeln, Kuhdamm ist weggesprengt. Wir haben gesagt, Berlin braucht mehr Natur. Machen wir. Ab da vorne kann ich dann irgendwann nicht mehr weiterlaufen. Also eine Baustelle. Da ist noch ein Türmschen. Irgendwo da hinten. Aber zieht euch das rein. So ekelhafte, fette, saftige Wolken. Das ist einfach nur... Hey, fokussier du Dreckskamera. Komm mal, wir laufen wieder zurück ein Stück. Hey. Fetti Boletti, komm. Nu, komm. Der Chef hat Hunger. Nu. Ja, das ist dieses tägliche Spiel, was wir haben. Wenn das heißt, wir laufen mal langsam zurück, weil es dunkel ist. Ja, dann hat er immer keinen Bock so. Komm jetzt. Komm, Fetti. Nu, komm. Na, komm. Na, los. Na, I, komm. Nu, komm. Nu, komm. Guckt euch das an. Der bleibt da stehen, der Dummkopf. Der bleibt da tatsächlich stehen, in der Hoffnung, Herrchen macht mit. Und Herrchen läuft nochmal 250.000 Kilometer. So, außerdem müssen wir jetzt hier langsam weg. Da kommen nämlich Fahrräder, habe ich gesehen. Und wenn jetzt ein Fahrrad kommt, dann rennt der weg. Und da ist auch nichts. Ne, weil da hinten ist so eine Community, nennt man das. Und die benutzen den Weg immer. So, komm. Nu, komm, Balou. Ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Nu, komm, Dicker. Ne, I, Feigen, komm. Nu, komm. Zieht euch das rein. Der bleibt da stehen, ne. Ich kann mich wirklich entfernen, wie ich will. Er will im Wald bleiben. So, jetzt. Okay, jetzt kommt er. Und packt sich sogar noch fast aufs Maul. Nicht Liebe, mein Hund. Gut, ist diesmal ein bisschen länger geworden. Ich würde jetzt noch ein bisschen Clickbait machen und euch ein paar Tittis zeigen. Wie gesagt, Kudamm ist alles weggesprengt. Ne, das ist Kudamm. Besitzen wir nichts mehr. So, er will jetzt baden gehen. Ey, vergiss es, Fräulein. Komm her hier. Was ist denn da? Zeig, zeig, Herrchen. Was hast du entdeckt? Zeig, was hast du entdeckt? Nein. Ach, Balou. Mach doch dieses nicht. Da, er will in die Spree. Er will von mir wegschwimmen. Er kann mich nicht mehr leiden. Ja, wir haben Beziehungskrise. Haben wir Beziehungskrise? Nein, Balou. Nu, komm. Hier lang. Komm, wir gehen den Kudamm zurück. Nu, komm. Balou, komm. Komm, wir wollen den die schönen Seiten zeigen vom Kudamm. Nu, komm. Komm, Balou. Normalerweise würde ich auch irgendwo eine U-Bahn fahren. Die U1. Auch das aus Kostengründen weggesprengt. Kostet zu viel Strom. So, ich werde aber jetzt, wie gesagt, das Video beenden. Und in diesem Sinne, sagen wir, Balou, mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Hey. Herr von und zu. Können Sie Sitz? Balou, hallo. Mach mal Sitz. Hey. Uchi, mach mal Sitz. Balou, Sitz. Hallo. Danke. Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Ja, gut. So viel dazu. Sechs Minuten aufgenommen und er macht einfach nicht Sitz. Ne, also. In diesem Sinne, tschö mit Öl. Ja.